ja herr willkommen mein name ist an die rp und ich begrüße euch zurück zu let's play king of mars rechain of memories reverse rebirth steht das irgendwo hier nein okay in der letzten folge haben wir die story mit rico begonnen und jetzt machen wir uns auf sie weiter zu führen wir haben alle fitz erledigt wir haben eine stimme davor nur gehört sie uns weil er nicht verwirrende sachen gegen kopf wirft und ja nico geht jetzt einfach weiter seinen weg so wo auch immerhin setzen sind auch ziemlich einfach wie du schon in der darmess come on i know you heard me every word i said to maleficent darmess is your weapon it is time you learn you must accept it what do you mean stop resisting accept the darkness you have no choice if you are to serve me again i thought it was you and some oh you don't seem surprised all you have been talking about is the darkness i can only assume you want to pull me back in so you can play puppet master clever boy i knew you'd be the one to most appropriately serve me and now surrender to me again you're crazy did you really think you could do me harm a weakling like you could even defeat sora and you had darkness on your side excuse me for being weak you are weak you need darkness surrender bow to darkness bow to me that's not gonna happen only the darkness can offer to you all of the strength that you will need you're wrong that voice your majesty that's right remember riku you're not alone listen close the light will never give up on you you'll always find it even in the deepest darkness darkness i got it i won't lose the darkness not today you think that we will little light can save you from the darkness that i command ja ja er den berühmsten charakter von disney auf meiner seite und willst du werden jetzt annahmen wo kommt der bodyguard schon wieder ehrlich du sollst die dunkelheit überall spüren du sollst ich weiß was du hast du kriegst jetzt umgehend zurück der kc sticht sie augenblicklich steuer stich stich schnell die feindlichen kart für einen stärkeren angriff einfach nur button menschen gibt es noch nicht auf ich habe mich wie viel du einstecken kannst spiel so lange mit bist du auf gibst den karten gleichen wert wie dein gegner und drücke dreieck ja ja okay du hältst es sieben sie eine karte mit dem gleichen wert wie da ihr das gegner zu drücken und zum gehen stich alle feindlichen karten um den spezialnüberschuss wird was allerdings mehr als acht karten im ersten tutorial ansem was das all you got it seems to me that you are intent on resisting the darkness all right then see it for yourself huh this is a card crafted from your memory advanced through the world it creates and soon you will understand chasing after light is not the way it will not give you distance from the darkness there is no running from the darkness don't worry i'm not running don't worry i'm not running give it i'll enter the world and in the end if i haven't given into the darkness then i win i have one more gift for you what'd you do i simply tempered the darkness that yet remains in your heart you still think that i'd rely on darkness to use it or not is your choice i'll be waiting riku for you to sense it and yield to the darkness in your heart riko lernt es modus sinistra modus aktivieren der sinistra modus kann aktiviert werden wenn du maximal sinistra punkte sp durch gestochene karten sammelt hast im sinistra modus sind deinen fähigkeiten verstärken du hast mehr kombination zur auswahl spg verloren wenn dein kart gestochen wird oder du schaden im striket den normatischen anzeugen die sp auf 0 sinken ok und wir haben eine ganze mangel karten die voll weiß ich nicht willkürlich angezeigt worden sind so hier sieht man schon eine reihenfolge eine vorgegebene ok dann nehmen wir die katz ins so wenn zora story ja noch mehr organisationen mitglieder ok Ich will gar nicht ein Hallo, Lexius. Was passiert hier, Zaxion? Ich will eine Erklärung. Schön, dich zu sehen, Vexen. Es ist so ein Schade. Die Organisation war die Rote, die uns zusammen verbunden hat. Du bist nur Nummer 6. Wie darfst du? Lass ihn weg, Vexen. Zaxion, erzähl uns. Was hast du gesehen? Visiten? Ich habe zwei Centen in der Kastel's Lowest Basement genommen. Eine von ihnen war Maleficent. Keine Ahnung. Die Witch ist weg. Sie kann nicht zurückkommen aus dem Raum der Dunkelheit, von ihrer eigenen Volition. Wenn du mich fertig bist. Die Centen gehört nicht an der Real Maleficent, sondern an einer sehr überzeugenden Double. Aber ich kann wirklich nicht sagen außerhalb davon, denn die Double ist nicht mehr. was unserer anderen Visiten sah das? Und wer ist es? Ich weiß nicht sicher, aber die Centen war sehr ähnlich, zu der der Superioren. Und zwar nicht genau das gleiche, war es? Das wirklich püren meine Curiosität. Jetzt. Was zu tun? Wir warten. Mal sehen, was sich entwickelt. Mal sehen, was der diese Stimme in den Robots angeht. Kein Kampf, oder? … which one smells funny. Und was ist dieser Mischung? Ist es so erwähne? Schmerzen. Ist der Schmerz Schmerzen. I can't believe this is happening darkness even seeped into my skin don't worry Riku your majesty hi oh what happened i can see right through you funny huh i can only send a bit of my power to this place that's why i've got a request for you request listen Riku just because darkness holds you don't let go of who you are you've got to fight the darkness inside you it won't be easy to do i know but please don't forget even in the darkest darkness there's always a little bit of light light within darkness you and i have seen it the far welcoming light inside the door to darkness the light of kingdom hearts it will show you the way please don't give up believe in the light that's a request from my heart okay i'll do my best trust me i'll try to find a way to reach you i'll get there i promise you're in illusion don't worry we took hands in our hearts remember we are connected you and me yes we are das ist klar mickey glaubt an uns dann kann es ja nichts passieren der dunkelheit entgegengetreten so als nächstes sollte akaba kommen laut dieser den ganz hier machen wir das ebenso sag ich wurscht er sowieso im gekehrten weg kann man ich soll es anfangen es wird sagt auch wenn ich cut sie jetzt aber ich muss kämpfe machen das ist ein blöde weil ich ding jetzt brauche weil ich karten für die räume braucht speichern ist jetzt nicht so gut als raum aber was soll ist aber ich werde ein anderes vorgegebenes deck das muss ein paar kämpfe machen ich muss auskriegen sehr viel trainieren man brauche ich denn hier eine rote 3 oder höher mit jammals fährten das geht auch oder zählt gar nicht da man 0 kann jede zahl irgendwie ja 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 aber ich habe wahrscheinlich nicht auch benutzen werde für mich die ganze zeit nur menschen blöd ja schon wieder 0 sind es drauf punkt erwartet aber ich brauche oder wird heute nichts mehr heilung gibt das betreibung für alle gegner ja 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 jetzt komme ich da nicht hoch nein wir komme ich da hoch ich habe noch nicht gesagt arabische also für die story wird sehr einfach was ich kämpfe gegen jaffa jetzt so früh schon also kommt doch keine story er ist doch gewusst und vielleicht 50 park werden so besser er kann war ja sowieso schon richtig einfach weiß ich war schon wieder blöde wochen sie mal mit den achten aufhören ich habe keine achten irgendwie treffe ich doch blöde teile wo der mit seinen achten ich habe keine achten was soll ich dagegen machen warum steht die ganze zeit immer ich verliere die ganze zeit das ziel was soll hat ich verliere wegen so ein mist er hat nur 800 soll hat ich verliere die ganze zeit schon wieder eine acht also voll verarschung was soll ich denn dagegen machen was ja 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 oh mein gott da gibt es einfach nicht hier meine güte also von kontrolle in diesem kampf kann man jetzt hier nicht so reden aber na gut aber level ab was soll ich dagegen machen er hat nur achten ich habe keine stärke kann als nacht da steht noch angst ich habe gerade um 2 wird ich nehme angst kraft also war ja schon fertig ne das geht schnell vor wie um ist die gas 999 da geht auch mal als vier aber sobald es irgendwie eine fabel spiel kommt dann geht es aber nicht weiter alles perfekt ich prob hat irgendwie einen eine wirtschaft dann wird er locker und auf 50 parts und wir sind schon fertig das war agava weil die welt hat euch gefallen zehn minuten wie man davon gesehen hat und ja sehr gut aber direkt den park beenden und ich sag dann dankeschön fürs zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge